Hallo und herzlich. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich ideale Kunden gewinnen und ihre Expertise zu Business machen. Und heute spreche ich in einem Kundenstimme-Interview mit Doris Reimann. Grüß dich, Doris, und schön, dass du da bist. Hallo, Shalia. Sie sind immer so komisch am Anfang, gell? Sie sind immer so, hallo, ich habe das auch, wenn ich Interviewpartnerin bin. So, hallo. Du, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, wo du her, oder wo du lebst und mit dem du zusammenarbeitest mit deiner Arbeit. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Doris Reimann und ich bin Unternehmensberaterin und Steuerberaterin und mein Fokus liegt auf der Beratung von Frauen, von Unternehmerinnen und ich nenne sie gerne Womenpreneure. Und ich berate quasi überwiegend freie Berufe. Für die, die es jetzt hören und nicht so ganz einordnen können, freie Berufe, das sind typischerweise Ärzte, Anwälte, Coaches auch, Trainer, Berater, Ingenieure, Übersetzer. Also all diese Berufe, die im Grunde überwiegend ein Studium auch erfordern und die eben nach dem Steuerrecht sozusagen als freie Berufe eingestimmt sind. Genau. Und ja, ich lebe und arbeite hier in Brandenburg an der Havel. Das kann man sich so vorstellen, ist ungefähr auf der Hälfte zwischen Magdeburg und Berlin. Und ja, also ich habe weiterhin meine Offline-Kanzlei und ich habe aber auch jetzt eine Online-Kanzlei. Seit 2016 nenne ich mich quasi auch Online-Unternehmerin. Sehr schön. Darauf wollte ich genau hin, Doris, weil du bist ja nicht schon, oder er ist ja gestern auf dem Markt mit deiner Praxis, sondern du bist schon bereits länger unterwegs. Und als wir uns kennengelernt hatten, hattest du ja schon deine erfolgreiche Offline-Praxis und du warst gerade dabei, dir diese ganz neue Online-Welt zu erobern, also erfassen und dann erobern. Also das eins nach dem anderen, gell? Und vielleicht hast du Lust, deine Geschichte zu erzählen. Was war deine Journey, dein Weg, wo du begonnen hast, von offline und online zu gehen? Ja, also ich bin eigentlich eher zufällig drauf gestoßen, denn ich glaube, das ist auch nichts, was typischerweise Steuerberater machen, ein Online-Business eröffnen oder ich sage mal, ihre bestehende Praxis, um ein Online-Business zu erweitern. Und ich sage mal, bei mir ist es so, ich bin schon immer auch Unternehmensberaterin gewesen und interessiere mich natürlich für alles, was rund um das Unternehmen auch passiert und auch die Weiterentwicklung als Führungspersönlichkeit und so weiter. Und all diese Dinge mache ich ja auch in Beratung mit meinen Mandanten. Und ja, also ich bin, wie gesagt, zufällig drauf gestoßen und habe damals meine erste Challenge auch mitgemacht, wie ich vorher noch nicht und gehört habe. Und ja, bin da so quasi Stück für Stück in das Thema reingekommen und habe nach und nach ganz viel auch darüber gelernt, was, also diese ganzen Begrifflichkeiten, ja, also ich hatte vorher noch nie gehört, was ist ein Freebie, was ist eine Salespage, eine Liste, wozu braucht man das? Und ich sage mal, wir Steuerberater sind ja auch im Marketing nicht so aktiv, sage ich mal, ja, weil wir haben eine Berufsordnung, die ist sehr zurückhaltend, was das Marketing angeht. Aber wie gesagt, ich fühle mich eben nicht nur als Steuerberaterin, sondern zu einem ganz großen Teil auch als Unternehmensberaterin. Und da, sage ich mal, da kann man natürlich auch in diesem Bereich sehr gut, ja, punkten und sich weiterentwickeln, ne? Ja, absolut. Und du sagst es, also viele, viele, die diesen Weg machen, egal von woher sie kommen, von offline in diesen Online-Bereich, sind erstmal konfrontiert mit jeder Menge neuer Begriffe und Marketing-Trichter und Landing-Pages und all das, was du genannt hast, der Outdoor-Restwanderer und all das. Und ich hatte das Gefühl, wo du zu mir gekommen bist, dass du eigentlich schon diese größte Lernkurve von schon hinter dir hattest. Du hattest ja schon bereits dir angeeignet, eben diese ganzen Begriffe und Gegenstände und wie man die verbindet, mehr oder weniger gut zu Recht technisch, was du gerade unterwegs bist. Das war eine deiner größten Hürden der damaligen Zeit. Was würdest du sagen, war sonst deine Ausgangssituation, wo du zu mir ins Coaching gekommen bist? Was wolltest du, was du vielleicht noch nicht hattest für dich in deinem neuen Online-Business? Also ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch eine Anzeige, weil du hattest ja im letzten Jahr angefangen, dein Successful-Solopreneur-System aufzusetzen und hattest dazu eben jeden Monat eine Online-Schulung angeboten, eine Viererlänge zu jedem Thema. Und das hat mich total fasziniert und ich habe die auch fast alle mir angeschaut. Und wenn ich es auch nicht zeitnah gemacht habe, dann hinterher, das ist eben auch ein weiterer Vorteil von diesen ganzen Webinaren, dass man die halt hinterher sich anschauen kann. Und also ich habe gemerkt, dass, also Nummer eins, du bist mir sehr sympathisch gewesen. Also ich hatte das Gefühl, wir kennen uns, obwohl wir uns ja noch nie wirklich in echt begehend sind. Und ich fand deine Art und Weise, wie du es strukturiert hast, auch sehr sympathisch. Und also du hattest so eine bestimmte Strategie, die du uns beigebracht hast. Und ich wollte, also wie gesagt, ich hatte, wie du schon sagst, ja diese Basics und das alles gelernt. Ich habe mir auch schon sehr viele Gedanken gemacht. Aber was ich jetzt wollte, war jemand, mit dem ich meine Ideen mal diskutieren kann und mal schauen kann, was passt für mich vielleicht besser und welche Idee sollte ich vielleicht erst mal verwerfen. Und was mir auch wichtig war, ist, so einen Anfang zu machen, wie man sein Business skalieren kann. Denn das ist ja auch eine Sache, die im Online-Business auch eine Rolle spielt. Also viele sprechen auch von passiven Einkünften und so weiter. Das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt, was ich möchte. Skalieren im Sinne von, wie kann man ja auch Dinge automatisieren und auch, sagen wir mal, Dienstleistungen klüger verpacken. Wir haben ja damals angefangen mit Paketen. Solche Dinge waren mir wichtig. Absolut. Und ich kann mich nicht genau erinnern, Doris, aber wenn ich mich recht erinnere, hattest du zu dem damaligen Zeitpunkt noch keine Leute online gewonnen für deine Online-Sachen. Das kam erst später, oder? Genau, das kam erst später. Und dann schauen wir das, ja. Also wir hatten zusammen angefangen, ja, meine Steuerberatungsdienstleistung in Pakete zu packen. Das ist ja auch schon etwas, was sehr ungewöhnlich für Steuerberater ist. Denn, ich sag mal, wir Steuerberater haben eine Verbietungsverordnung und danach rechnen wir ab. Und, ich sag mal, nochmal Richtung Skalieren. Es ist ja immer so, wenn ein neuer Kunde oder ein potenzieller Kunde kommt, der möchte ja gerne wissen, mit welchem Preis kann er rechnen. Und ich sag mal, jedes Mal, es ist ja auch ein Arbeitsaufwand. Man muss erst mal sagen, was braucht man, dann muss man eine Moralschätzung erstellen und so weiter. Und ich dachte mir, okay, nach all meinen Jahren Erfahrung, die ich habe, ich weiß ja, wie lange dauern bestimmte Prozesse und so weiter. Und darauf aufbauen, habe ich halt die Pakete auch entwickelt. Und was mir halt wichtig war, war, wie gesagt, meine Leidenschaft, diese Unternehmensberatung da auch mit einfließen zu lassen. Denn, ich sag mal, hier Steuerberater, da kann ich, glaube ich, für die meisten Kollegen sprechen, wir sind einfach super Unternehmensberater, aber das weiß keiner. Das ist total verrückt, ja. Also keiner oder die wenigsten, die uns als Unternehmensberater war, obwohl wir im Grunde nach ja alles wissen. Wir kennen verschiedene Branchen, wir kennen das Unternehmen oftmals, ich würde jetzt nicht sagen 100 Prozent genauso gut, aber ziemlich gut, je nachdem, ob der Kontakt ist von dem Mandanten und so weiter. Also wir wissen eben auch so viel, ja. Und das wollte ich eben in diese Pakete auch mit reinbringen. Und da hast du mir natürlich auch geholfen. Und ich sag mal, wichtig ist ja auch, was kommt rein, was kommt raus. Wie nennt man die Pakete? Wie sagt man auch in einem kurzen, knackigen Text, was kann der Kunde erwarten? Dass man eben rauskommt aus diesem ständigen Erklären und Erläutern, dass es eigentlich selbsterklärend ist. Und das fand ich sehr wertvoll. Ja, und das ist auch so wichtig, Doris, was du ansprichst. Ich glaube, es geht vielen anderen Menschen, so egal, ob sie aus dem Steuerberatungsbereich oder andere Bereiche kommen, sie wollen ihre gesamten Fähigkeiten und Leidenschaften mit in ihr Business einbringen. Nicht nur irgendwo so ein Teil von dem, wozu sie fähig sind. Und das ist häufig der Fall, dass man durch diese Übergang zu Pakete viel mehr auch mit unterbringen kann, was man sonst noch im Petto hat an Talente, Fähigkeiten, Expertise und Wissen. Und jetzt, vorhin hast du gesagt, was du dir gesucht hast, war ein Sparingspartner, mit dem du Ideen austauschen kannst und so weiter, wo du wirklich konkret auch über deine Ideen sprechen kannst. Und du hast auch viele Ideen, Doris, du bist ein sehr einfallsreicher Mensch mit ganz vielen Ideen. Ich sage immer von mir, ich habe meistens wieder eine Idee oder keine. Bei dir war das Gegenteil der Fall. Aber was hast du sonst noch gehofft oder erwartet hinsichtlich des Coachings? Was war deine Erwartungshaltung? Also was ich auch von einem Coach und auch von dir natürlich erwarte, sind offene Worte. Dass man auch mal sagt, okay, so lieber nicht oder dafür lieber so und so. Weil ich sage mal, das ist ja das, man steckt in seinem eigenen Unternehmen fest. Und ich sage mal, du selber hast ja auch viele Unternehmensberater bei dir als Kunden. Und ich sage mal, jeder steckt ja in seinem Unternehmen fest und da fehlt der Blick von außen. Und auch so ein bisschen, du hast mich ab und zu auch mal zurückgefügt, weil ich glaube, meine große Schwäche ist meine Ungeduld. Da hast du auch mal gedacht, ja, Doris, komm und warte mal, wenn das wird schon noch. Und du hast es ja eingangs gesagt, während wir zusammengearbeitet haben und die Pakete dann auch fertig hatten, währenddessen kamen dann die ersten Kunden, die auch eben diese Pakete gebucht haben. Und was ich total spannend fand, war, das waren teilweise auch Namen, die ich vorher noch nie gehört habe. Also wo man immer denkt, ja, man macht ja diese ganzen Marketing-Geschichten auf Facebook, was man überall hört, was man machen soll. Wie ein Post und ein Video und keine Ahnung was, ja. Und ich finde diese Bereitschaft der Leute, da auch zu klicken, gefällt mir und auch zu kommentieren, das hat ja, finde ich, jedenfalls stark abgenommen. Und so sieht man natürlich auch gar nicht, wer guckt sich das an und wer interessiert sich für das, was ich als Experte zu sagen habe. Und da kamen wirklich auch Leute auf mich zu und haben ein Kennenlerngespräch gebucht, wo ich vorher von dir noch nie gehört oder was gelesen habe. Und das fand ich so spannend, dass wirklich das, was du uns als Soloponurin beibringst, dass das wirklich funktioniert. Ja, das ist auch ein magischer Moment, finde ich, im Leben. Fast alle meine Kunden, so ging es mir auch. Nämlich der erste Moment, es kommen Leute plötzlich in die Bekennunggespräche, wo du die nicht auf dem Radar gehabt hast. Du hast die nicht gesehen. Das ist wirklich auch teilweise das Typische bei dem Online-Marketing. Man hat also zum Teil ein sichtbares Publikum, aber auch eine riesen Menge an Leuten, die lange Zeit unsichtbar bleiben. Und da kommt auch diese Ungeduld nicht nur bei dir, Doris, sondern bei den meisten, weil sie einfach so viel Aufwand und Leidenschaft und auch Zeit reinstecken, Ressourcen reinstecken in das Online-Marketing. Und dann sehen sie aber noch nicht, dass das was wird. Und ich weiß aus Erfahrung, ist es nur in der Regel eine Frage der Zeit, bis diese ersten unbekannten Personen aufpoppen und sich bekannt geben, nachdem man dieses Kennenbögen-Vertrauen-Effekt aufgebaut hat. Und das hast du eben offensichtlich geschaffen, sonst wären sie ja nicht gekommen im Fall, oder? Genau. Ja, absolut. Also, du hast schon vorhin gesagt, du hast mich sympathisch gefunden, du hast meine Struktur gut gefunden, als du diese The-Point-Webinare angeschaut hast. Gab es irgendwelche andere wichtige Kriterien für dich bezüglich der Entscheidung für eine Zusammenarbeit, die du noch nicht erwähnt hast? Ja, also ganz klar, ich wollte noch mehr über Online-Marketing lernen und überhaupt Marketing. Und ich sage mal, bei mir ist es ja so, ich will ja jetzt nicht auf mein Offline-Unternehmen verzichten, sondern für mich ist es wichtig, das gekonnt zu verknüpfen und beides quasi zu machen. Und wie gesagt, im Bereich Marketing habe ich bis jetzt sehr wenig Erfahrung gehabt und auch sehr wenig aktiv probiert. Ja, und das war eigentlich der größte Wunsch, dass ich das von dir lerne, wie man das aufsetzt, wie ich meine Strategie finden kann. Also jetzt nicht irgendeine, ja, also es gibt ja jede Menge Strategien, wie man im Online-Bereich Marketing betreiben kann. Aber ich wollte eine finden, die zu mir passt. Ja. Und auch eine, die ich mit meinem Geschäft, was ich ja habe. Und also ich habe halt nicht, wie jemand, der gerade am Anfang steht, so viel Zeit, mich auf verschiedene Dinge zu konzentrieren. Also es muss halt schon in einem gewissen Zeitraum funktionieren. Und ja, auch diese Abwechslung. Also du hast ja zum Beispiel mal eingebracht, diese Kaffee-Gespräche, dass man sich auch mal wirklich mit Multiplikatoren und Influencern versucht zu verabreden, auf eine Tasse Kaffee oder so. Also dass man Leute auch mal live trifft. Und das zeigt halt auch, dass du eben nicht nur das Online-Marketing machst, sondern auch den Offline-Bereich. Oder wenn ich dich gefragt habe, ja, ich will meine Veranstaltung jetzt machen. Was kann ich denn noch tun? Ja, also wie, was kann ich denen noch mitgeben? Oder wie kriege ich die aus einer Offline-Veranstaltung, die Leute in meine Online-Newsletter-Liste? Also das waren alles so Dinge, die haben wir beide besprochen. Und das hat, fand ich, super gepasst. Also ich fühle mich dadurch jetzt nicht irgendwie gedrängt, Dinge zu tun, die mir total frei sind. Ja, absolut. Also was die meisten meiner Kunden sagen, ist, dass sie keine übergestülpten Strukturen und Strategien haben möchten. Sie würden ganz gerne wirklich Dinge machen und tun, die zu ihnen passen, wo sie das Gefühl haben, das ist für mich das Richtige. Und das, was du ansprichst mit diesem Offline-Online, finde ich auch so wichtig, Doris. Und zwar, viele speichern mich ab als eine Art von Coach, die sich mit Online-Marketing auskennt. Und das ist es natürlich auch so. Ich komme 20 Jahre aus diesem Online-Marketing-Bereich, aber es gab keine einzige Marke, die ich auch damals beraten habe, die nicht auch Offline-Werbung betrieben haben. Und wir waren immer da bemüht, Synergien zu schaffen oder beide Welten, Offline und Online, so eine Synergie zusammenzubringen. Das war ganz wichtig. Und nicht nur das, ich bin ein starker Anhänger von der Offline-Welt. Es ist erst, wo ich persönlich begonnen habe, auch nicht nur Online-Marketing zu machen, sondern auch Offline-Aktivitäten im Marketing mit einzubringen in mein Geschäft. Erst dann ist mein Geschäft richtig losgegangen, hat richtig begonnen, sehr, sehr gut zu funktionieren. Also ich bin ein Riesenverfechter von Offline und Online in einem guten Mix gemeinsam. Und das passt auch wunderbar bei dir, Doris, weil du hast sowohl ein lokaler Reach, aber auch du möchtest mit den Online-Angeboten weitergehen. Und dieser Mix ist auch natürlich wunderbar bei dir. Genau. Du hast gerade vorhin gesprochen über die Pakete und die ersten Leute, die da an Bord gekommen sind. Was waren sonstige Ergebnisse, die du erzielt hast im Laufe der Zusammenarbeit? Und was mich interessieren würden, sind natürlich sowohl die praktischen Dinge, aber auch vielleicht die innerlichen Veränderungen, weil was für mich sogar noch wichtiger sind als die ersten Kunden, die an Bord gekommen sind, ist, wie fühlst du dich als Unternehmerin nach dem Coaching? Vielleicht kannst du auf einige dieser Dinge eingehen. Ja, selbstverständlich gern. Genau, also neben den Paketen muss ich sagen, wir haben angefangen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie ich mein Business skalieren kann. Und das heißt halt auch, dass wir Dienstleistungen aufgenommen haben, die ich vorher nicht hatte. Das sind zum Beispiel eben Seminare und Webinare. Und zwar, dass man die jetzt anbietet als ein-, zwei-, drei-Tage-Seminare, um Unternehmerinnen oder bestimmte Zielgruppen, also wir hatten jetzt überlegt, für Gründerinnen und auch für Unternehmerinnen, die schon länger am Markt sind, Seminare anzubieten. Und ich sage mal, das ist natürlich auch was, wo ich so ein bisschen über mich hinaus aufwachse, denn ich habe zwar vorher schon Seminare abgehalten, aber die wurden halt von der dritten Person quasi, ja, da wurde eingeladen, das Marketing wurde gemacht, all diese Dinge. Also die Teilnehmer standen fest und ich bin da halt nur hingekommen. Jetzt ist die Sache ja ein bisschen anders. Ich möchte jetzt eben auch verstärkt Seminare anbieten, die ich selber organisiere und wo ich eben selber versuche, die Teilnehmerinnen zu finden. Und es ist natürlich ein Schritt. Das ist ein Online- und Offline-Einschritt, sich zu zeigen. Also es ist was anderes, in einem 1-zu-1-Gespräch oder in einer kleinen Gruppe zu sprechen, als vor vielen Leuten. Und ich sage mal, das ist auch eine Idee, da muss man erst mal reinwachsen. Und es hat bei mir zum Beispiel auch eine Weile gedauert, bis ich angefangen habe, Facebook-Live-Videos zu machen. Also inzwischen klappt das ganz gut und ich fühle mich damit auch wohl. Aber so diese ersten Gedanken, die haben wahrscheinlich die meisten. Oh Gott, und jetzt steht es immer da im Internet und jeder kann es gucken und wer weiß, wie die Reaktionen sind. Also all diese Dinge. Man kennt es noch nicht. Also da habe ich mich quasi, ja, da haben wir beide im Grunde geschafft, dass ich da noch einen Schritt nach vorne gehe. Wir haben auch, also du hast mich generell auch wunderbar ermutigt, meine Ideen in die Tat umzusetzen. Und ich hatte jetzt auch probiert, eine Seminarwoche anzubieten. Da habe ich aber eben auch daraus gelernt, das war wahrscheinlich zu kurzfristig angedacht vom Zeitraum und vielleicht auch zu lang von der Dauer. Das hat nicht so gut geklappt, aber das ist eben eine Sache, die muss man lernen und dann sagt man, okay, ich lerne auch aus diesen Dingen und mache es beim nächsten Mal einfach anders. Also ich bin jetzt wirklich auch so, also auch nach unserem Coaching, arbeite ich ja weiter an meiner Strategie und wie ich mein Business weiter aufbauen möchte und auch seitdem sind mir noch viele weitere Sachen eingefallen, die ich jetzt Stück für Stück umsetze. Also zum Beispiel möchte ich eben jetzt verstärkt auch Unternehmensberatung anbieten und die Steuerberatung soll dann nur so ein, weiß ich, so ein Schmankerl noch sein, so ein kleines Add-on, was mich von den anderen quasi noch abgrenzt, von den anderen Unternehmensberatern. Und ich habe jetzt auch, da hast du auch gesagt, ja, mach das. Und da haben wir auch überlegt, wie es heißen kann so ein bisschen. Ich habe eine Marke registrieren lassen, Womenpreneur. Und das ist für mich irgendwo der Inbegriff von einer Unternehmerin, von einer Unternehmerin, die entweder auf dem Weg ist, erfolgreich zu werden oder schon erfolgreich ist und noch erfolgreicher sein möchte. Und im Grunde als Expertin, das kennst du ja vielleicht auch, man ist in seinem Gebiet super. Aber im Studium, egal was man jetzt studiert hat und womit man sich als Expertin selbstständig macht, im Studium lernt man nicht, wie man ein Unternehmen führt. Ja. Genau. Und das ist eben das, was ich den Unternehmerinnen beibringen möchte. Und auch, das ist halt so eine Sache, die wir beide mal so ein bisschen angedacht haben. Also ich habe das natürlich noch immer ein bisschen weiter ausgefeilt, aber wir sind ja auch noch immer im Kontakt. Und wenn ich eine Idee habe, ich schreibe dir das auch und dann gibst du mir immer noch mal ein kurzes Feedback und das finde ich halt ganz toll. Ja. Was ich erlebe bei dir, Doris, ist also einfach eine unglaubliche Reife als Marketingperson, also nicht als Person allgemein. Da bist du so in eine gestandene Persönlichkeit gekommen und auch mit deiner Unternehmerschaft in deinem Offline-Bereich. Aber wie du dich in dieser kurzen Zeit so eine solche solide Marketingpersönlichkeit geworden bist. Das ist erstaunlich. Ich gehe auch zu deinen ganzen Facebook-Live-Videos. Ich weiß gar nicht, ob du das immer wieder mitbekommst, weil du wahrscheinlich auf deine Sachen so fokussiert bist. Aber ich schaue mir das an und ich bin einfach regelrecht stolz und glücklich, weil alles, was du dort tust, hat Hand und Fuß. Es sah auf diese Marke ein. Es zeigt dich als Expertin. Du versteckst dich auch nicht mehr. Ich weiß noch eine Zeit lang, wo du in deiner Womanpreneur-Gruppe viel eher die Idee hattest, andere einzuladen, dass die sprechen. Und ich habe gesehen, dass du aber selber in diese Schuhe, Big-Girl-Schuhe eingetreten bist. Und du machst das jetzt selbst. Und ich habe gesehen, wie du mit einer Koalitionspartnerin vor kurzem auch in einem Facebook-Live-Video so ein wunderbares, herzgetriebenes Marketing gemacht hast. Du hast ganz viel mit ihr gemeinsam gegeben. Du hast ja authentisch gesprochen und mit ihr dich ausgetauscht. Und dann habt ihr wirklich sehr herzlich und fließend zu eurem Event eingeladen, wozu ihr die ersten Teilnehmer habt dafür. Es funktioniert, was du da machst. Und dieser Entwicklungsweg zu beobachten, ist einfach so was von schön, weil das wird einfach von hier weg noch mehr werden, noch souveräner werden mit der Zeit. Und das ist einfach schön zu beobachten. Oh, dankeschön. Das ist ein schönes Kompliment. Danke. Ja, sehr gerne. Also ich meine das von Herzen. Und ja, also wir kommen zum Ende hindurch. Und es sind vielleicht einige da draußen, die sind sich unsicher. Es gibt so viele Coaches und Mentoren und Gurus auf dem Markt. Und vielleicht sind sie sich unsicher, ob sie überhaupt eine Zusammenarbeit in der Wägung sind, ob sie auf diesen Knopf drücken sollten, Termin vereinbaren für eine virtuelle Kaffeepause, und mit unserem Enrollment-Coach Simone de Bursa zu sprechen. Was würdest du denjenigen sagen, die vielleicht noch sökern, was könnte ihnen helfen, dort nach vorne zu gehen? Also ich kann dich wirklich von ganzem Herzen empfehlen als Coach. Und ich sage mal, du bist nicht nur Marketing-Coach, auch wenn wir das jetzt hier wirklich herauskristallisiert haben. Was du schaffst, ist, dass man als dein Coach im Klarheit noch mehr Klarheit bekommt. Also Klarheit, wo man hin möchte, wie man sein Business aufbauen möchte, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Denn ich sage mal, erst wenn du diese Klarheit hast, kannst du im Grunde auch dein Marketing aufsetzen. Und diese Klarheit, glaube ich, die haben viele Unternehmer und Unternehmerinnen noch nicht in dem Maße, wie sie es bräuchten. Und dadurch sind natürlich auch diese ganzen Marketing-Bemühungen nicht so kraftvoll, sage ich mal. Die führen dann nicht so zum Erfolg, weil man noch zu unspezifisch ist. Und du hilfst wirklich sehr stark dabei, auch erst mal Klarheit zu bekommen und fokussiert zu bleiben. Und was ich sehr schätze an dir, ist einfach deine Art. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer ergreifend, aber deine wertschätzende Art, deine unterstützende Art, dass man das Gefühl hat, auch zwischen den Coaching-Terminen, du bist da, also du hast ja verschiedene, sagen wir mal, Tools, die du da benutzt, ein Fragebogen. Und du antwortest aber auch. Ja, also wenn man irgendwas schreibt, und man sagt, oh Mensch, hier hakt es kurz, ja, dann reicht von dir eine kurze E-Mail und dann kann man weitermachen, ja. Und da muss man jetzt nicht bis zum nächsten Termin warten und dann in zwei Wochen, keine Ahnung, grübeln in seinem stillen Kämmerlein. Also das ist einfach für uns dann da, als deiner Kunden. Und einfach, ja, du bist integer, ja, das ist, finde ich, auch wirklich wichtig in unserer heutigen Zeit. und man merkt dir deine Entspanntheit an. Und das ist ja auch das, also, weißt du, was ich sehr mag. Denn dieses Ganze, was man jetzt hier im Offline-Market, im Online-Marketing so mitbekommt, dass ganz viel geworben wird mit sechsstelligen Umsatz machen und ich zeige dir, wie du in 20 Tagen zehn neue Kunden bekommst und all diese Dinge, also ich kann es nicht mehr hören. und also ich spreche auch sehr stark dagegen und du bist auch jemand, der dagegen ist, denn so funktioniert es einfach nicht. Ja, also Dinge brauchen ihre Zeit und du bist da und du nimmst deine Coaches an die Hand und begleitest sie. Und ich sage mal schon, während des Coachings stellen sich halt Erfolge ein. Also wie bei mir, wir haben die Pakete gemacht und die ersten Kunden haben sie gebucht. Also, und was will man mehr erwarten? Also, das an sich spricht schon für sich. Und ich sage mal, zusätzlich hast du ja diese tolle Möglichkeit, dass man sich mit anderen deiner Kunden verbindet. Also du hast ja diese, wenn man bei dir im Coaching ist, diese monatlichen Live-Calls, da kann man auch nochmal sich mit anderen und mit dir treffen und Fragen besprechen. Und ja, also so lernt man auch andere Kunden von dir kennen, was ich eben sehr zu schätzen weiß. Und mit einigen habe ich auch wirklich mich noch ein bisschen intensiver hinterher und auch zwischendurch schon gesprochen. Also das ist ganz wunderbar. Ja, da entsteht schon ein schönes Netzwerk und Unterstützung, gell? Das höre ich immer wieder. Also das ist ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil von dem Ganzen, auch durch die Kundentage verstärkt. Und ja, also das wollen wir beibehalten. Und ich bin ganz bei dir, Doris. Weißt du, ich finde einfach organisches und gesundes Wachstum im Geschäft ist ein wichtiger Wert, den ich habe, weil ich einfach so oft gesehen habe, wie Menschen so gestresst und ausgebrannt sich gefühlt haben. Die haben so etwas wie eine Unternehmer oder Unternehmerin Burnout gekriegt, auch diese ganzen Bemühungen, noch den Umsatz zu verdoppeln und verdreifachen und ständig mehr Sichtbarkeit und mehr Reichweite und mehr Listen-Building. Und irgendwann mal dieses höher, weiter, schneller ist, ja, führt zu unschönen Erscheinungen im Dasein des Menschen, nämlich das wunderbare Leben, was für uns bereitsteht, einfach überdeckt wird von dieser ständigen Unzufriedenheit mit dort, wo man steht. Und dieser Gap, der da ist, wenn man ständig meint, man müsste ganz weit woanders sein, gell? Und das baut so einen Druck auf und dadurch, bin ich der Meinung, kann man gar nicht mehr, sagen wir mal, authentisch, das ist ja das, was man eigentlich sein möchte, authentisch seinen neuen Kunden gegenüber treten und auch den alten natürlich nicht mehr. Ja, ja, absolut, so ist das. Doris, zum Schluss, wir würden wir gerne aber vor allem noch wissen, wo findet man dich online, wo kann man mehr über dich in deiner Arbeit erfahren, und das ist sicherlich für viele, die zu hören, heute sehr interessant. Ja, das sage ich sehr gern. Also meine Homepage, die heißt, oder meine Website, die heißt www.doris-reimann.de Man findet mich auch auf Facebook unter facebook.com slash Kanzlei Reimann und auf Facebook habe ich auch eine Gruppe, die Womenpreneur Lounge. Wenn man das eingibt, dann findet man die auch oben in der Suche oder auch auf meiner Website und auch auf der Facebook-Seite sind die beide auch verlinkt. Also da kann man eigentlich gar nicht, ja, die nicht finden, sage ich mal. Das wird man auf jeden Fall finden. Sehr schön. Also vielen herzlichen Dank für das super schöne Gespräch heute, Doris. Hat mich sehr gefreut und geehrt, dass du dabei gewesen bist. Und auch nochmal für die Zeit mit dir. Das war, das war wirklich ganz wunderbar und ich habe wirklich viel dazulernen dürfen. Genau. Danke. Sehr schön. Und hoffentlich haben wir damit heute jemand anderes ermutigt, die von offline in die Online-Welt gehen möchte, dass das entspannt gehen kann und dass das gut vereinbar ist miteinander. Das ist auch immer so ein riesengroßer Nebeneffekt von diesen Interviews. Es ist einfach, es macht anderen Mut, einfach den Weg zu gehen. Also vielen Dank dafür und für diejenigen, die zuhören, vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns sehr bald wieder online. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.